Willkommen bei einer neuen Episode von Pflegebildung, einem Video-Podcast rund um das Lernen im Pflegeberuf. In dieser Episode geht es um das Thema Humor hilft pflegen. Dazu unterhalte ich mich mit Andreas Bentrup. Er ist Theaterpädagoge, Schauspieler und arbeitet als Humortrainer für die Stiftung Humor hilft heilen. Ich hoffe, es sind interessante Impulse in unserem Gespräch für Sie dabei. Ja, Herr Bentrup, ich freue mich sehr, dass wir zu diesem Gespräch, wo es um Humor geht, zusammenkommen können. Und ich sage erst mal herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Ja, der Kontakt kam ja jetzt zustande über die Stiftung Humor hilft heilen. Und da sind Sie ja auch für die Stiftung sozusagen als Dozent tätig und gerade auch im Pflegebereich. Hier geht es ja um Pflegebildung in diesem kleinen Podcast. Und ja, ich freue mich, dass wir uns so über Humor und Humor und Pflege unterhalten können. Aber für die Zuschauenden bestimmt auch interessant, etwas kurz über sie zu erfahren. Und ich mache das immer ganz gerne mit meinen Gästen, dass ich sie statt des langweiligen Lebenslaufes. Bitte so drei Hashtags im Sinne dieser Barcamps mit drei Hashtags zu nennen. Welche würden Sie beschreiben? Also auf jeden Fall wichtig ist für mich Hashtag direkter Kontakt zu Menschen. Hashtag wer gut pflegt, braucht gute Pflege. Und ich möchte dazu beitragen, dass Pflegende sich besser pflegen können. Und als letztes auf jeden Fall Hashtag Humor verbindet Menschen. Ja. Und das ist ja, Sie sind ja als Schauspieler und als Klinikclown unterwegs und als Dozent unterwegs. Da ist das ja sozusagen die richtige Melange irgendwie, die Sie gerade gesagt haben. Wenn wir uns über Humor unterhalten, Herr Bentrup, was ist eigentlich Humor? Das ist eine gute Frage, Herr Brühe. Humor ist natürlich wahnsinnig viel. Und in diesem kurzen Gespräch, das wir führen, können wir nur wenige Facetten des Humors beleuchten. Und uns von der Stiftung Humor hilft heilen interessieren tatsächlich auch nur zentrale Bereiche der Humorwissenschaft. Und da habe ich schon das Wort Wissenschaft benannt. Die moderne Humorwissenschaft ist eine Teildisziplin der positiven Psychologie. Und wir konzentrieren uns in der Stiftung vor allen Dingen auf die positive Kommunikation mit mir selbst, mit meinen Kolleginnen, mit meinen Patientinnen und mit deren Zugehörigen. Auf die Präsenz, die in der sozialen Arbeit eine ganz zentrale Rolle spielt. Und Pflege ist ja auch immer eine soziale Arbeit. Und last but not least der Perspektivwechsel. Wie gelingt es uns, eine eigene Haltung zu dem, was uns widerfährt, einzunehmen? Das, was uns widerfährt, können wir oft weniger beeinflussen als das, was wir uns wünschen. Aber unsere eigene Haltung, die können wir doch maßgeblich trainieren und selbst beeinflussen. Und das spielt natürlich eine zentrale Rolle, wie ich das, was mir widerfährt, wahrnehme, wie ich dann auch damit umgehen kann. Diese drei Parameter sind für uns zentral. Und das alles betrachten wir unter der Überschrift wertschätzender Humor auf Augenhöhe. Wir beschäftigen uns also weniger mit Zynik oder Sarkasmus oder schwarzem Humor. Das sind auch alles wertvolle Dinge. Die interessieren uns aber nicht. Weil wenn ich jetzt mal so an meine aktive Zeit als Krankenpfleger zurückdenke, da war ja Humor schon immer ein wichtiger Bestandteil. Aber oftmals bestimmt in sarkastischer Hinsicht, wenn man so miteinander dann zusammensaß. Aber auf der anderen Seite Humor etwas als etwas, was, ja, ich sag mal, so ein bisschen aus der tiefsten Seele kommt sozusagen. Dieses gemeinsame Lachen mit Patienten. Also ich denke da jetzt gerade an meine Zeit als Pfleger im HIV- und AIDS-Bereich in den 90er-Jahren irgendwie. So dieses bei allem Elend, sozusagen dieses sich auch lustig machen zu können über das Elend. Oder dieses, ja, es ist Humor ein Gefühl, denke ich da gerade. Nee, Humor, also wir bezeichnen Humor als die Energie, die zwischen Menschen fließt. Und Menschen sind ja von Natur aus Herdentiere. Wir wünschen uns ja Verbindung. Isolation suchen wir ja nur, wenn wir verbittert sind. Oder wenn wir eben Ruhe brauchen. Wenn wir uns mit uns selbst beschäftigen wollen. Aber in aller Regel werden wir ja über das Du zum Ich. Wir brauchen ja Verbindung im Lehrprozess und im Lebensprozess. Und deswegen ist Humor die Energie, die zwischen uns fließt. Humor ist ja ein lateinisches Wort, heißt der Fluss. Und wir konzentrieren uns auf, in der Kommunikation, auf die Sympathie. Wie kann ich Sympathie erzeugen zu Menschen, die mir im ersten Moment nicht so sympathisch sind? Denn in der Pflege, die Sie angesprochen haben, suche ich mir ja Menschen nicht aus, sondern die begegnen mir. Wir bewegen uns ja in Schicksalsgemeinschaften oder in Kliniken, sogar in Schicksalsmühlen. Sie haben ja gerade den AIDS-Bereich in den 90er-Jahren angesprochen. Und da brauchen wir natürlich auch Humor als Entlastung. Da spielt schwarzer Humor auch eine Rolle. Schwarzer Humor wird aber dann gefährlich, wenn er sich verselbstständigt. Und dann kann das zu Sarkasmus und Verbitterung führen. Und dann erleben wir unsere Gefühle nicht mehr direkt. Und das direkte Erleben von Gefühlen, das angemessene Teilen meiner Gefühle mit anderen Menschen, das bringt mich in den Fluss mit meinen Gefühlen und bringt mich in den Fluss mit meiner Umwelt. Und da unterscheiden wir gar nicht so sehr zwischen den Gefühlen. Wir denken ja landläufig erst mal an Lachen, wenn wir über Humor sprechen. Zum Humor gehören aber alle Gefühle und alle Gefühle sind gut. Traurigkeit ist das Gefühl der Wertschätzung. Wir verlieren etwas, was wir länger haben wollen oder wir bekommen etwas nicht, was wir uns sehnlich wünschen. Angst schützt uns. Das ist ein sehr wichtiges Gefühl. Wut ist das Gefühl der Veränderung in der Pflege ganz wichtig. Das deutsche Pflegesystem soll und muss sich verändern. Dafür brauchen wir auch die Wut des Protestes, angemessen geteilt natürlich, angemessen eingebracht. Und Freude und Liebe ohnehin ganz klar positive Gefühle. Und wir behaupten mit der Humorwissenschaft, wenn Menschen im Fluss mit sich sind. Wenn sie sich im Sinne von Selbstempathie wahrnehmen und fühlen, was sind meine Bedürfnisse, was sind meine Gefühle. Wenn sie diese Gefühle angemessen mitteilen mit der Umwelt, dann sind wir in einem gesunden, humorigen Fluss. Und das war ja im ursprünglichen Bedeutungskern des Wortes Humor deckungsgleich mit gesund. Das hat ja, ich muss gerade an ein Gespräch denken, was ich mit meiner Kollegin Sabine Hartmann-Dörpinghaus mal zu Phänomenologie, neophänomenologischer Perspektive geführt habe. Dieses, es geht ja sozusagen um das auch ernst zu nehmen, was sozusagen im Moment, im Gefühl liegt. Also mein affektives Betroffensein, dieses Subjektive als berechtigt und existent sozusagen wahrzunehmen. Weil ich finde gerade im, also in unserer modernen, das ist jetzt vielleicht eine Plakative oder Plattitüde, in unserer modernen Gesellschaft leben wir ja eher in so einer Zahlengesellschaft, die harten Fakten. Und ich beobachte im Pflegebereich ja auch, dass wir das, was in der Medizin sich evidenzbasierte Medizin nennt, dass wir das in den Pflegebereich natürlich auch ausbauen. Das hat auch eine starke Berechtigung. Aber gleichzeitig führt das meiner Beobachtung nach auch dazu, dass so etwas, was sie auch als Energie zwischen Menschen beschreiben, dass dem eine Bedeutung abgesprochen wird. Es ist nicht messbar, es ist nicht exakt darstellbar, es ist so etwas Diffuses und es ist ein bisschen IT-Tie. Und nach dem Motto, wir haben keine Zeit für IT-Tie und auch nicht das Geld dafür. Und dann ist das ja gerade eigentlich ein Hochhalten von etwas zutiefst Menschlichem sozusagen, was sie dann mit der Betonung von Humor als Energie, die zwischen Menschen fließt, ja machen. Ja, da sprechen Sie viele Aspekte an. Ich versuche so ein bisschen darauf einzugehen. Eckart von Hirschhausen, der Gründer unserer Stiftung Humor hilft heilen, sagt ja sehr gerne, weist darauf hin, dass Caritas Nächstenliebe bedeutet. Und der Nächste bin ja zunächst mal ich. Also so sehr ich mich liebe, kann ich andere lieben. Und so sehr ich in Verbindung mit mir bin, kann ich in Verbindung mit anderen gehen. Und das sind Soft Skills. Und ich bin sehr froh, dass Sie sagen, dass die Hard Skills eine Bedeutung haben. Also natürlich ist es wichtig, dass wir eine Wirtschaftlichkeit haben, dass wir evidenzbasierte Medizin haben. Das ist alles zentral. Und das eine, wir gehen ja so gerne in Konflikte und Kämpfe und spielen das eine gegen das andere aus. Das liegt mir völlig fern. Was wir aber doch in den letzten Jahren etwas vergessen haben, ist der Zeitpunkt. Sie haben ja schon angesprochen, Kronos, der Zeitverlauf, der immens wichtig ist. Aber Kairos, das ist der altgriechische Begriff für den Zeitpunkt. Und diesem Zeitpunkt, der bekommt im Humor, in der Präsenz eine ganz besondere Bedeutung. Also ganz präsent sein in hier und jetzt. Und dann kann Humor besonders wirken. Denn Humor ist nicht unbedingt eine Frage der Zeitlänge, sondern der Intensität. Wenn Sie in Ihrer Biografie zurückdenken, dann fallen Ihnen hoffentlich etliche Menschen ein, die Ihnen in kurzer Zeit etwas sehr warmes geschenkt haben. Einen Satz, eine körpersprachliche Zuwendung, eine Berührung. Und dieser Moment ist so intensiv, dass er sich heute noch warm anfühlt. Wenn man in der Biografie von Menschen tiefer nachfragt, dann sagen die häufig, es gab so Initiationsmomente für meine Berufswahl und auch gerade für die Berufswahl der Pflege. Wenn Menschen aber dann überlegen, gab es auch kalte Momente, also Momente, in denen Ihnen Menschen innerhalb kürzester Zeit etwas mitgegeben haben, was sich heute noch kalt anfühlt, dann fällt uns leider auch der ein oder andere Moment ein. Und für mich ist immer wieder die Frage, bei aller Wirtschaftlichkeit, wer möchte ich gerade im Leben meiner Patientin, der Zugehörigen meiner Kollegin sein? Bin ich jemand, der wärm ist? Oder bin ich jemand, der gerade kühl ist? Und wenn ich kühl bin, kann ich dazu stehen? Kann ich mich transparent machen? Kann ich sagen, es tut mir leid, ich bin gerade ein bisschen müde, ich kann gerade nicht. Sprechen Sie mich morgen nochmal an. Wir sind ja keine Superheldin und wenn wir Humor in der Ausbildung von Pflegenden einsetzen und das ist uns ja ein zentrales Motiv und in der Fortbildung von Pflegenden, die bereits im Beruf tätig sind, dann ist es uns ganz wichtig, das immer wieder zu betonen. Es geht nicht um Selbstvervollkommnung und es geht auch, wenn wir den Faktor Resilienz mit einbringen, auch da spielt ja Humor eine große Rolle, dann haben wir manchmal Vorbehalte von Pflegenden, die da sagen, naja, aber gebt ihr mir jetzt die Botschaft, dass das alles an mir liegt? Also muss ich jetzt noch mehr, noch mehr tun und das System tut es nicht? Nein, das System soll sich verändern und das System muss in Deutschland besser werden, keine Frage. Aber gleichzeitig habe ich auf das System weniger Einfluss. Auf mich habe ich aber Einfluss. Und es geht nicht darum, alles immer gut zu machen, es geht darum, dazu zu stehen. Und so wie Sie eingangs gesagt haben, des letzten Statements. Es ist, wie es ist. Das ist das Credo der modernen Psychologie. Und so ist das bei uns auch. Wir wollen zunächst annehmen, was ist. Und wenn jemand traurig ist, dann möchte die Traurigkeit Raum haben. Und auch als Klinikclown ging es mir nie darum, Menschen zu bespaßen. Es geht darum, Menschen einen Raum für sich selbst zu geben und diesen Raum zu gestalten mit ihnen. Und manchmal sind Menschen so befangen, dass sie dafür nicht die Kraft haben. Und der Pflegehaushalt, diese Schicksalsmühle-Klinik bietet auch zum Teil wenig Räume dafür. Und wenn wir dann als Kontaktkünstler, die wir sind, zumindest die Klinikclowns, die dieses Verständnis haben, dann können wir Räume schaffen. Räume der Stille, aber auch Räume der Lebendigkeit, Räume des Verzauberns, Musik, dort, wo Gefühle stattfinden können. Und das, was wir als Klinikclowns tun können, das war ja die Ursprungsidee der Stiftung Humorheft-Heilen, mehr Clowns in Kliniken, Seniorenzentren, Hospize, Palliativstationen zu bringen. Dann haben wir irgendwann gemerkt, die Clowns kommen und gehen, aber die Pflegenden bleiben. Und das ist dann der Startpunkt gewesen zu sagen, es gibt ganz viel Kontaktfläche zwischen unserer Arbeit und ihrer Arbeit. Und was können wir als Clowns vermitteln oder als Spielerfahrene, was Pflegende für sich nutzen können für die eigene Rekreation, für die Kommunikation und für den Kontakt untereinander. Und Michael Christensen war einer der ersten Clowns in den USA und ist ein Humortrainer, von dem wir von der Stiftung sehr viel gelernt haben. Und seit 2014 bewegen wir uns in diesem Pflegebereich und zunehmend sind wir eben aktiv in allen Bereichen. Das heißt, Sie machen ja Fortbildungen für Pflegende, aber auch in Ausbildungskontexte gehen Sie hinein. Das sind ja nochmal zwei unterschiedliche Welten sozusagen. Die einen, das sind die, die ja, die schon mehr oder weniger lange im Pflegeberuf tätig sind und die anderen, die fangen gerade erst damit an und bekommen ja, entwickeln ja sowas wie eine berufliche Identität als Pflegende. Welche Erfahrungen machen Sie denn mit den, mich würde mal interessieren, was machen Sie denn in den Fortbildungen mit den Pflegenden? Das, es kann ja nach dem, was Sie jetzt auch sagten, nicht darum gehen, dass wir jetzt Lachübungen machen und dass wir Witze erzählen, sondern es geht hier eigentlich um was ganz anderes. Ja, danke für die Frage, Herr Bruder. Also wir haben ganz verschiedene Formate und unser klassisches Format ist ein dreistündiges Format mit Pflegenden und da kümmern wir uns um die Sympathie. Wie kann ich den Fluss in Gang bringen? Und da gucken wir uns zentrale Kompetenzen an, die die Pflegenden haben, um soziale Interaktionen zu gestalten. Witze zu erzählen ist sehr gefährlich und Sie kennen das Phänomen, wenn Sie jemanden sehr mögen und diese Person erzählt Ihnen zwei, drei schlechte Witze, dann werden Sie trotzdem schmunzeln. Und beim vierten werden Sie dann vielleicht sagen, Andreas, lass mal, die sind heute alle nicht gut. Wenn ich Ihnen aber absolut unsympathisch bin und ich erzähle Ihnen einen fantastischen Witz, einen echten Gassenhauer, dann werden Sie nicht lachen. Humor kann viel bewegen und Humor hat eine hohe Brisanz und eine hohe Wirkmacht. Deswegen ist in allen Diktaturen dieser Welt Humor verboten und wird stark sanktioniert. Und dementsprechend brauchen wir auch Vorsicht mit Humor und vor allen Dingen mit dem Thema Schlagfertigkeit. Und deswegen gucken wir in Humor-Workshops erstens, wie komme ich in guten Kontakt mit mir, um festzustellen, wie geht es mir denn eigentlich? Zweitens, welche sozialen Kompetenzen habe ich schon und welche kann ich erweitern? Und wird mir wieder bewusst, wie zentral wichtig diese sozialen Kompetenzen sind bei all dem Arbeitsdruck, der auf mir lastet. Und wenn wir das in den dreistündigen Workshops ganz aktiv üben, dann wird, kommt eine Stimmung der Leichtigkeit auf und für einen Moment gibt es einen dritten Ort. Einen Ort, den wir aus der Spieltheorie kennen, diesen als Ob-Ort. Wir können uns dort neu begegnen. Und das hat ganz verschiedene Effekte. Erstens, die Pflegenden begegnen sich für drei Stunden außerhalb ihrer eigentlichen Arbeitswelt in spielerischen Übungen. Wir haben also praktische Übungen, theoretischen Transfer. Eine Übung habe ich heute Morgen schon beim Warm-up mit Ihnen gemacht. Ich habe Ihnen ein Kompliment gemacht. Und zwar habe ich gesagt, Herr Brühl, mir gefällt Ihr Hemd. Und das ist eine Übung, die wir auch in den Workshops tatsächlich tun. Und dann würden Sie jetzt fragen, Herr Wendrup, Ihnen gefällt mein Hemd? Und ich würde verstärken, ja, das Hemd gefällt mir und Sie würden sich bedanken. Und mit dieser einfachen Übung, die Pflegenden geben sich dann wechselseitig in Ping-Pong-Verfahren insgesamt sechs Komplimente, jeweils drei. Und was wir gerade gemacht haben, da wohnen zentrale Aspekte der zwischenmenschlichen positiven Kommunikation inne. Erstens, ich musste meine Fähigkeit, das Schöne in der Welt aktiv zu entdecken, üben und aktivieren. Und das macht unser Gehirn ja nicht von selbst. Wir sind mangelfixiert und gerade im Pflegebereich achten wir natürlich auf das, was nicht stimmt, auf das, was besser werden soll. Aber im Sinne der Salutogenese, der Gesundheitswissenschaft, wollen wir das aktivieren, was an Kompetenz da ist. Also muss ich das erst mal wahrnehmen können. Und im rationalisierten Pflegealltag geht das schnell unter. Und der Klassiker, die Leber von Zimmer 3, das sollte der Geschichte angehören, tut es aber nach wie vor nicht überall. Den ganzen Menschen sehen in all seinen Fähigkeiten, aber natürlich auch in seinen Bedürfnissen. Dann haben sie nachgefragt, ihnen gefällt mein Hemd. Oder sie hätten nachgefragt. Und das ist das aktive Zuhören. Die Eingangsforte in die Empathie. Ich habe das Ganze als Ich-Botschaft gesendet. Ich habe ja nicht gesagt, das ist aber mal ein schönes Hemd, sondern ich habe gesagt, mir gefällt Ihr Hemd. Und da müssen wir gar nicht viel drüber reden. Die Ich-Botschaft ist natürlich ganz zentral in der Kommunikation und darf immer weiter geübt werden. Vor allen Dingen, wenn wir dann über konstruktive Kritik sprechen. Denn der Pflegeberuf ist ja etwas, wo wir konstruktive Fehlerkultur brauchen. Also brauchen wir auch konstruktive Kritik. Und das wird sehr viel zu wenig geübt. Das üben wir in den Workshops auch. Vor allen Dingen in dem Curriculum für Pflegeschülerinnen. Und das Letzte ist, Sie haben die soziale Quittung gegeben. Sie haben sich für das Kompliment bedankt. Und Dankbarkeit ist der zentrale Aspekt der Zufriedenheit und auch der Resilienz. Die Wertschätzung, nämlich das wahrzunehmen, was ich bekomme, den Reichtum wahrzunehmen, ohne den Mangel auszublenden. Wir wollen nicht die rosa-rote Brille. Wir wollen uns aber bewusster werden, was erfahren wir an Zuwendung. Ich behaupte nach wie vor, wir sind eines der reichsten Länder und wir haben aber eine der höchsten Depressionsraten. Und das stimmt etwas in unserer Wertschätzung. Und diesen Bereich gucken wir uns in den Workshops an. Und eingangs habe ich ja gesagt, positive Kommunikation, Präsenz, also Aufmerksamkeit, Wachsein im Moment. Wie kann ich mich aktivieren, um wirklich da zu sein? Und der Perspektivwechsel, wie kann ich also eine neue Haltung gewinnen? Und da gibt es Übungen aus der Theaterpädagogik, aus dem Spielbereich, die wir nutzen, um diese Themen spielerisch erfahrungsorientiert in den Raum zu holen. Und dann sprechen wir gemeinsam darüber, was wir erlebt haben. Und das in einer sehr heiteren, gelösten Atmosphäre, die überhaupt nicht albern ist. Es gibt große Vorbehalte in Deutschland leider, dem Thema Humor gegenüber und Humorschulung. Viele Menschen denken dann ganz schnell, ah, da muss ich mich zum Kasper machen. Oder weil wir ja vielfach aus dem Clowns-Bereich auch kommen, Trainerinnen, aber nicht alle Trainerinnen unserer Stiftung haben Clownserfahrung, sondern wir kommen aus unterschiedlichen Bereichen. Aber da gibt es natürlich Vorbehalte, die wir zu Beginn der Fortbildung dann entkräften und sagen, das ist kein Clowns-Workshop, sondern das, was wir üben, habe ich ja gerade benannt. Wir kalibrieren uns in unserer Fähigkeit, Verbindungen herzustellen. Ich finde das natürlich, also ich habe hier auch mal eine Psychodrama-Ausbildung gemacht und mir ist das immer sehr wichtig, auch in meinen Lehrkontexten solche Elemente auch irgendwie mit einfließen zu lassen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass auch erstmal in der Tat erstmal eine Zurückhaltung da ist und erstmal warm werden muss in eine spielerische, ein etwas spielerisches oder etwas leichteres eintreten zu können, um dann darin auch aufgehen zu können. Aber ich glaube, wir sind sehr durchrational, also die Ratio ist irgendwie dieser Verstand, der uns sagt, das ist richtig und so geht man an die Dinge ran und das ist irgendwie Larifari, das kann ja nicht sein sozusagen und vor allem, mir begegnet das nur, wenn es um Rollenspiele geht oder so. Ich nenne das schon gar nicht mehr so, weil es eigentlich gar kein Spiel ist sozusagen, sondern es ist eine Arbeit, die man gemeinsam bewerkstelligt. Von daher finde ich den Ansatz natürlich sehr, 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 sehr spannend und wir erleben dann sicherlich auch erst die Zurückhaltung, die dann sozusagen über das sich Einlassen dann abnimmt. Ja, diese Zurückhaltung will auch gewertschätzt werden. Angst ist ja ein ganz großer Spieler in unserem Leben, ein ganz starkes zentrales Gefühl. Ich habe ja vorhin fünf Gefühle benannt, Angst, Freude, Trauer, Wut und Liebe und eigentlich können wir diese fünf nochmal auf zwei große Gefühle reduzieren. Das ist Liebe und Angst. Angst ist die Isolation und Liebe ist die Verbindung. Pflege sollte natürlich möglichst Verbindung sein, aber auch die Isolation will wertgeschätzt werden. Und wir sprechen ja über Persönlichkeitsbildung und dann, wenn unsere Persönlichkeit ins Spiel kommt, dann sind natürlich Vorbehalte und Ängste von Menschen da und wir sind natürlich geneigt, uns in Rollenverständnis auch ein bisschen zu verstecken. Das gehört ja auch zur Profession dazu, also professionell unterscheiden zu können, wie stark wirke ich gerade mit der Persönlichkeit und was ist hier meine professionelle Rolle. Und wir erwarten natürlich von Pflegenden, dass sie zunehmend professionell reflektieren können und das trennen können. Ich wünsche mir aber als Patient, der ich schon oft war und Sie sicherlich auch, wünschen wir uns eine persönliche Ansprache. Und gerade wenn ich in dieser Bedürftigkeit bin der Erkrankung, dann menschelt es. Und wenn es nicht menschelt, dann fühle ich mich nicht gesehen als Subjekt, sondern als Objekt. Und wenn ich mich nicht als Subjekt gesehen fühle, dann werden meine Selbstheilungskräfte nicht aktiviert und angesprochen. Und die sind doch sehr zentral. Die dürfen nicht unterschätzen. Und da fordern wir gerade die jungen Menschen, die in dieser Ausbildung kommen, die ja in einer ganz herausfordernden Lebenssituation sind. Also gerade diese frühe Adoleszenz ist gar nicht so sehr von Humor geprägt. Also Menschen in dieser Lebensphase, ich selber auch hatte früher das Gefühl mit 18, 19, dass ich einen fantastischen Humor habe und wahnsinnig tolerant bin. Ich glaube, ich war das weniger, als ich damals dachte. Und das auch zu Recht, weil es geht darum, einen Platz in der Welt zu finden und ernst genommen zu werden. Und wenn ich ernst genommen werden möchte, dann scheint Humor doch erstmal vielleicht etwas feindlich oder befremdlich. Aber darum geht es uns ja gar nicht. Uns geht es ja darum, den Humor ernst zu nehmen. Und das tun wir auch. Das hat nichts mit Albernheit zu tun. Und deswegen sind wir so aktiv in der Ausbildung von Pflegenden mit unserem Curriculum, diesen Menschen von Anfang an klarzumachen. Wir wünschen uns, dass du mit der ganzen Persönlichkeit pflegst und wir wollen dich ertüchtigen dazu, dass du das auch kannst. Denn sonst passiert etwas, was ich manchmal erlebe, wenn ich ältere Pflegende, vor denen ich sehr viel Respekt habe, dann sagen die zum Ende dieses dreistündigen Formats in Seniorenzentren zum Beispiel, Andreas, das ist ganz nett und alles richtig, was du da sagst. Aber wenn ich mal ganz ehrlich bin, ich kann nicht mehr. Ich mache diesen Job seit 30 Jahren. Bei mir sind die alle satt und sauber, aber Gefühle finden hier nicht mehr statt. Und auch das gilt es wert zu schätzen. Und das schätze ich auch wert. Ich kann dann durchaus sagen, hey, ich habe großen Respekt, dass du seit 30 Jahren diesen Beruf ausübst. Aber wenn die Menschen nur noch satt und sauber bei dir sind, dann hat dein Beruf aufgehört. Weil das reicht nicht. Ich bin nicht irgendwie ein Objekt, das satt und sauber ist. Ich bin ein Mensch bis zu meinem letzten Lebensmoment. Und solange ich atme, lebe ich. Und solange möchte ich als Mensch wahrgenommen, der ich bin. Und ich möchte, dass du deine Gefühle mit mir teilst und ich möchte meine Gefühle teilen können. Und wenn du das nicht mehr kannst, dann bitte ich dich, dir einen anderen Beruf zu suchen. Und das meine ich vollkommen ernst. In beiderlei Hinsicht. Weil, warum machen wir diese Ausbildung? Warum machen wir diesen Beruf? Nicht, um Objekte zu pflegen, nicht um Zugänge irgendwo zu legen, sondern um Menschen zu begegnen. Und diesen Menschen, denen legen wir dann auch einen Zugang. Und das mit aller Profession, mit allen Fachdienstleistungen, die wir tun. Aber wir brauchen diesen menschlichen Zugang zu uns selbst und zu anderen. Von daher, wo Sie das jetzt so sagen, finde ich, passt das, was Karin Kersting in ihrer Studie beschreibt, nochmal sehr gut. Der Begriff des Coolouts. Also wirklich ein Auskühlen sozusagen. Und das, und dann kann natürlich solche, solche Fortbildungen können dann natürlich dazu beitragen, dass man sich dessen auch mehr bewusst wird, vielleicht sozusagen. Das ist, aber ich würde mal auf den Ausbildungssektor nochmal kommen. Sie sprachen von einem Curriculum. Mich würde natürlich interessieren, also, also A, was machen Sie da, wenn Sie in die, Sie gehen ja wahrscheinlich in die Schulen dann auch. Aber das andere ist natürlich, was für den Ausbildungsbereich, glaube ich, sehr zentral ist, wie erleben Sie die Lehrenden sozusagen, was diesen Themenbereich angeht. Weil man kann natürlich sagen, Sie kommen da einmal und dann machen Sie was Nettes mit den Auszubildenden und dann sind Sie auch wieder weg. Und dann haben wir das Thema, haben wir jetzt gegessen sozusagen. Aber das würde ja gar nicht passen mit dem, was Sie sozusagen an Haltung haben. Das andere ist, aber ansonsten braucht es ja auch eine gewisse Offenheit von Kolleginnen, das in das eigene Curriculum, solche Elemente auch zu integrieren. Welche, das sind ja jetzt schon wieder viel zu viele Gedanken, die ich da äußere. Aber also bezogen auf die Auszubildenden und bezogen auf die Lehrenden, was machen Sie da für Erfahrungen? Ja, ich übe ja das, bestätige das aktive Zuhören. Deswegen dürfen Sie auch mehrere Fragen gleichzeitig stellen. Und wenn ich sie nicht alle beantworte, dann erinnern Sie mich bitte an Teilaspekte. Also zunächst mal, wenn wir Pflegeschulen gewinnen, um mit uns zu kooperieren, dann machen wir zunächst Teaser-Workshops mit den Lehrenden. Das ist uns ganz wichtig, sodass die wissen, was tun wir denn in den Ausbildungsgängen. Und dann begleiten wir die Ausbildungsgänge über die gesamte Ausbildung. Und das tun wir in unterschiedlicher Art und Weise. In manchen Pflegeschulen begegnen wir in jedem Ausbildungsjahr sechs Stunden den Auszubildenden an einem gemeinsamen Workshop-Tag. Und an manchen Pflegeschulen splitten wir das noch einmal auf und haben dann sechs halbtägige Workshops. Also pro Ausbildungsjahr zwei Workshops. Die sind in drei Themen untergliedert. Das erste Jahr beschäftigt sich mit In-Kontakt-Kommen, mit sich selbst, mit den Patientinnen, mit meinem Team, mit den Zugehörigen. Das nächste ist im Team arbeiten. Also wie kann ich diese Kraft im Team nutzen? Wie finde ich meinen Platz? Und das dritte ist in Kontakt bleiben. In den ersten beiden beschäftigen wir uns vor allen Dingen mit den Themen, die ich jetzt heute schon benannt habe im Gespräch. Also die positive Kommunikation, die Selbstwahrnehmung, Aufmerksamkeit, Achtsamkeit, soziale Kompetenzen trainieren, wahrzunehmen, dass diese Soft-Skills ganz zentral sind. In dem zweiten Jahr beschäftigen wir uns mit dem Perspektivwechsel. Wie gelingt es mir, meine Haltung zu kalibrieren? Und wie gelingt es mir auch Kommunikationstechniken dann anzuwenden, wenn es schwierig wird? Also Ich-Botschaft, konstruktive Kritik. Und im dritten beschäftigen wir uns ganz stark, also mit Teambuilding dann auch im zweiten Jahr. Und im dritten Jahr geht es stark in Kontakt bleiben um die Faktoren Resilienz, um Stressmanagement, um diese spielerische Haltung bei aller Ernsthaftigkeit. Wie kann ich mich pflegen, damit ich gut pflegen kann? Und das tun wir jeweils mit praktischen Übungen, die wir dann mit theoretischem Transfer unterfüttern. Die Studierenden bekommen von uns sehr oldschool eine Mappe mit Arbeitsmaterialien und die begleitet sie über die drei Jahre und die füllen wir tatsächlich mit Arbeitsblättern. Manchmal sind die schon ein bisschen irritiert und sagen, ich will Arbeitsblatt, was soll ich damit machen? Uns ist das wichtig, weil wir behaupten, dass die Haptik eine Rolle spielt. Und bei aller Digitalität, ich habe in Corona natürlich auch diese Pflegeklassen mit digitalem Unterricht versorgt und das hat viele Vorzüge. Ich kann da sehr virtuell alle möglichen Inhalte einspielen. Aber ich habe dann mich doch manchmal gefragt, was kommt da eigentlich an? Dieses wirklich miteinander arbeiten in Präsenz, dem kommt schon eine hohe Bedeutung zu. Bei aller Digitalität, das merken Sie auch, ich bin ein Freund von Digitalität. Ich habe es aber gerne auch haptisch. Und so begleiten wir die Auszubildenden über diese Zeit und sind auch Ansprechpartnerinnen für die Lehrenden. Und wir bemühen uns, dass wir unser unser Curriculum ganz eng verzahnen mit dem Curriculum der Institutionen, der Ausbildungsinstitutionen. Und die sind sehr offen dafür. Die freuen sich über die Zusammenarbeit. Und wir bringen als Externe natürlich auch noch mal was anderes rein. Also bei aller Kompetenz, die die Kolleginnen haben, die intern dort arbeiten, so ist es doch eine schöne Zuwendung, wenn jemand von außen dazukommt. Und was wir jetzt neu machen, wir arbeiten dann auch mit den Praxisanleitungen zusammen. Und zwar an zwei Tagen nehmen wir diese ganz zentralen Begriffe auf. Denn in der Arbeit mit den Auszubildenden haben wir immer wieder gemerkt, dass es eine große Unsicherheit gibt im Kontakt mit den Praxisanleitungen. Und als wir dann mit Praxisanleitungen gesprochen haben und überlegt haben, wie können wir denn eine Fortbildung für die gestalten, haben wir schnell rausgefunden, dass es sehr wertvoll ist und haben das inzwischen auch getestet in Bethel am Ausbildungsinstitut dort, wenn die Praxisanleitungen dieselben Übungen oder zumindest einen Teil der Übungen aus dem Curriculum selbst erleben, um dann auch zu wissen, was erleben denn die Auszubildenden und wo können sie auch anknüpfen. Denn auch die Praxisanleitungen haben einen hohen Bedarf an der Stärkung dieser sozialen Kompetenzen. Das finde ich sehr, sehr spannend, was Sie berichten, dass es eben nicht um ein punktuelles Einfliegen und dann wieder Verschwinden geht, sondern um kontinuierliche, ein immer kontinuierliches Aufrufen sozusagen des Themengebietes und die Arbeitsmappe, die Arbeitsblätter, die einen sozusagen dann auch durch diese Zeit begleiten. Ich bin auch, ich beschäftige mich ja mit Aufgaben im Pflegeunterricht und finde das sehr spannend, dass es, finde das eine ganz spannende Möglichkeit, ja. Und die, was mir jetzt gerade nochmal so an Gedanke kam, wichtig ist natürlich dann auch, dass die Auszubildenden schon etwas an Konkurrenz erleben, wenn sie sozusagen arbeiten mit den Auszubildenden, wo es um, ja, um dieses, um den Kontakt geht, um das sich, ja, auf sich selbst auch zu schauen, wie geht es mir eigentlich, wie kann ich in Kontakt zu anderen treten oder wo gelingt mir das gerade nicht gut und das auch so zu akzeptieren, so verstehe ich Sie ja auch, dass das sozusagen konkurrent ist auch mit dem, wie die Lehrerinnen und Lehrer in der Schule wiederum mit den Auszubildenden arbeiten, weil ich glaube, dass, dass, ich könnte mir vorstellen, dass das auch eine Herausforderung ist, dass das nicht zwei Welten sind, also von den Auszubildenden erlebt, sondern, dass man, dass das auch ein, ein Thema des Austausches auch in den Kollegien eigentlich sein muss, also wenn ich das jetzt mal normativ sagen würde, damit das sozusagen zu dieser Lernhaltigkeit auch, auch führt. Sonst erleben die Auszubildenden das sicherlich als irgendwie was Separates, da kommen die, da kommen die Humorfachleute und ansonsten machen wir das Normale sozusagen. Ja, danke für den Hinweis. Also ich unterstelle und das ist auch meine, meine Erfahrung, ich unterstelle allen Lehrenden an Pflegeschulen, dass es, dass die mit allerhöchstem Engagement an dieser Verbindung zwischen ihren Auszubildenden und der Pflege und diesem karitativen Gedanken, dass sie da ganz stark verankert sind. Und das passiert auch an Schulen, wo wir nicht sind. An Schulen, wo wir sind, achten wir aber genau das, auf das, was Sie gerade angesprochen haben, dass wir eine starke Verbindung, einen starken Austausch zum Kollegium der Schule suchen und gleichzeitig muss man das auch nicht überstrapazieren. Also wir sind mehrheitlich auch Performer und dementsprechend Schauspielerinnen und uns gelingt sicherlich eine andere Form von Unterricht. Der aktivierender ist, also ich will den Kolleginnen nichts absprechen, aber die sind ja auch tatsächlich mit einer höheren Fachlichkeit und mit einer Abrufbarkeit der Vermittlung des Wissens im Sinne von Klausuren und dann auch Prüfungen behaftet, zu Recht und beschäftigt. Und also wenn ich an meine eigene Lehrerfahrung denke, dann hatte ich zum Teil Professoren in meinem Studium und Professorinnen, die durchaus dröge waren, sage ich jetzt mal ein bisschen salopp, von denen ich aber sehr viel gelernt habe und von denen ich jetzt auch nicht erwarten würde, dass sie da eine Performance machen. Das muss man Kolleginnen auch nicht aufbürden. Wir bringen etwas anderes rein, das hat eine Werthaftigkeit und das, was die Kolleginnen tun, hat auch einen Wert. Deswegen geht es gar nicht so darum, dass die ihren Unterricht performieren, wobei natürlich jede Lehrkraft auch eine Performerin ist, das ist ja nicht abzusprechen. Ich glaube, wir können etwas anderes dazu beitragen und das darf auch nebeneinander stehen. Aber natürlich muss es verzahnt sein und natürlich muss es begrüßt sein. Ich denke, dass auch vor dem Hintergrund einer Schulkultur, also sozusagen, also dieses, wir holen uns jetzt nicht die, die von extern die Fachleute, damit sie sich sozusagen mit sich und Begegnung mit anderen und Humor und sowas beschäftigen können, aber weil wir es nicht können oder wir uns damit nicht beschäftigen möchten, sondern das ist eher, wahrscheinlich kommen auch nur die Schulen auf sie zu, die sowieso eine grundsätzliche Bereitschaft haben und die sagen, das ist, dass sie nochmal eine Farbe mit reinbringen, die sie selbst gar nicht so mit reinbringen können, aber trotzdem die Schule geprägt ist von einem, also auf die Person, die Lernenden als Subjekte zu betrachten und so weiter. Das, dieser Boden ist sicherlich dann auch da. Das führt auch sonst zu nichts. Das ist wie im Klinik-Clown-Bereich auch, als wir vor 20 Jahren in Deutschland oder 25, 30 Jahren in Deutschland anfingen, Clowns in Kliniken zu bringen, da waren manche Kliniken nicht bereit dazu. Das ist auch völlig in Ordnung und es gibt auch Bereiche nach wie vor, die dann halt sagen, boah, das ist hier so eng gestrickt, wir können hier nicht so ein befreiendes Element dulden. Das schaffen wir einfach nicht. Das können wir nicht einbinden, weil es braucht für alles einen Boden und der will auch bereitet sein. Und dann kann etwas wachsen auf diesem Boden und wenn der Boden nicht möchte, dann wächst da auch nichts. Und dann hören solche Sachen auch auf. Das haben wir auch erlebt als Klinik-Clowns und das erleben wir natürlich mit unserer Arbeit manchmal auch, dass wir in Bereichen arbeiten und Samen säen mit Teaser-Workshops und dass wir dann merken, das funktioniert nicht so gut. Aber in aller Regel funktioniert das sehr gut und es gibt dann eine hohe Nachfrage und eine hohe Verbindung zu unserer Arbeit der Stiftung. Wir müssen jetzt langsam zum Ende unseres Gesprächs kommen und von daher jetzt nochmal so der Gedanke, was denken Sie, wie können sich Schulteams sozusagen dem auch nähern? Das eine ist natürlich immer die Stiftung anzusprechen sozusagen und Unterstützung zu bekommen, aber dieser Gedanke von Humor, das ist ja ein ein weites Verständnis von Humor, was Sie ja hier jetzt auch entfaltet haben, in spannender Weise. Also die Energie, die zwischen Menschen fließt, dieses auf sich zu schauen, zu schauen, wie man in Kontakt kommt mit anderen. Was würden Sie aus Ihrer Perspektive Schulen empfehlen, wie Sie sich sozusagen auf den Weg begeben könnten, sich mehr damit zu beschäftigen, dass in Ausbildung, und ich rede jetzt nicht nur von Fachinhalten, die dargestellt werden, in Ausbildung, in Ihre Schulkultur zu integrieren oder sich dessen bewusster zu werden? Ja, danke für die Frage. Das ist ein weites Feld. Ich glaube, dass Lernorte eine zentrale Bedeutung haben in jeder Hinsicht und das fängt bei der Lernarchitektur an, der offenen Räumlichkeit. Ich glaube, das geht aber vor allen Dingen weiter über das Bewusstsein, dass Menschen am Modell lernen. Wir lernen doch sehr viel mehr durch gutes Beispiel und durch das, was wir uns abschauen können, als das, was wir fachlich uns drauf schaffen. Natürlich hat die Fachlichkeit einen ganz hohen Wert in der Ausbildung von Pflegenden. Was wir aber ursächlich betreiben, ist Persönlichkeitsbildung. Und Persönlichkeiten lassen sich nur in ihrem Kern bilden, wenn sie sich für uns öffnen. Und dadurch brauchen wir eine positive, dem Menschen zugewandte Lernkultur und Lernatmosphäre und Lernräume. Und um auch etwas zu zitieren, eine Studie von Hetty 2009, What teaches do matters. Die Atmosphäre in der Schule wirkt sich ganz maßgeblich auf das aus, was mit Auszubildenden passiert. Ob die sich intrinsisch tatsächlich mit der Schule verbinden, ob sie sich auch mit dem Träger der Schule verbinden und ob sie sich öffnen, um Persönlichkeitsbildung zuzulassen. Und das ist ja ein fragiler Moment, diese jungen Menschen, die gleichzeitig dort eine Rolle erwerben, eine fachliche Kompetenz und die auch sehr früh zu Recht an Karriere denken. Und gleichzeitig sich persönlich bilden zu lassen, das ist schon ein hoher Anspruch. Und ich glaube, dass wir in Zukunft auf diese Persönlichkeitsbildung, auf die persönliche Ansprache noch viel mehr Wert legen dürfen. Denn wenn ich richtige Zahlen im Kopf habe, dann hören 75 Prozent der Menschen, die die Pflegeausbildung absolvieren, innerhalb von vier Berufsjahren wieder auf in diesem Berufsfeld zu arbeiten. Und das ist eine Katastrophe, ganz deutlich. Bei der hohen Anzahl von Menschen, die wir brauchen in den nächsten Jahrzehnten in diesem Berufsstand, können wir uns das einfach nicht leisten. Und da brauchen wir ein Umdenken in der Ausbildung, um diese Menschen mehr im Beruf zu halten. Das betrifft natürlich nicht nur die Pflegeschulen, sondern das betrifft in ganz besonderem Maße auch die Praxisphasen und die Praxisanleitungen und alle Kolleginnen in der Pflege, die mit Auszubildenden zu tun haben. Und da höre ich von Auszubildenden viel zu oft tatsächlich, ob das immer genau stimmt, weiß ich nicht, aber in der Menge ist es doch spürbar, dass sie sagen, wir fühlen uns nicht wirklich willkommen. Und wer sich heute als Pflegekraft überlastet fühlt, der braucht doch händeringend neue Kolleginnen, die wirklich mit Liebe und Fachlichkeit in diesem Beruf arbeiten und auch lange da bleiben. Und deswegen braucht es mehr Augenmerk auf die Ausbildung und auf die Integration von Auszubildenden in den alltäglichen Pflegebetrieb, in den Praxishasen. Und dafür brauchen Träger auch mehr Verständnis. Und ich glaube, das ist auch angekommen, aber leider sind Systeme träge. Es ist nur einmal so, darauf zu reagieren. Aber das ist das A und O, glaube ich, für das Gesundheitssystem, dass wir Menschen gewinnen, die mit aller Liebe und Leidenschaft in diesem Bereich arbeiten können. Und nicht nur vier Jahre, sondern wir wünschen uns, dass sie das 20, 30 Jahre möglicherweise bis zum Ende ihres Berufslebens tun, um dann zu sagen, ich bin erfüllt, ich bin ausgefüllt von meinem Beruf. Ja, und was wir ja auch wissen, ist, dass Pflegende eigentlich sehr berufstreue Personen sind und eigentlich auch gerne bleiben. Und es braucht die Bedingungen letztlich auch. Sie hatten vorhin auch davon gesprochen, es braucht auch Wechsel oder Änderungen im System sozusagen des Gesundheitssystems, der Gesundheitsversorgung. Und ich denke auch ergänzend zu dem, was Sie sagten, bezogen auch auf die Ausbildung, dass in den Einrichtungen selbst, Krankenhäuser, Pflegeheime, aber auch die Einrichtung der ambulanten Dienste, dass Arbeitsplätze geschaffen werden, wo Menschen gerne arbeiten. Also das gibt sich, glaube ich, dann einfach die Hand sozusagen. Ausbildung und Arbeitssituation für die, die dann auch fertig sind. Man muss ja letztlich auch ein bisschen werben um die Personen, dass sie gerne bei einem arbeiten, damit das, was in den Leitbildern auch immer wieder steht, denke ich gerade, nämlich, dass der Mensch im Mittelpunkt steht, dass das nicht im Sinne einer Stolperfalle zu verstehen ist, sondern im Sinne von, ja, Sie hatten von Leidenschaft gesprochen, dass wirklich, dass man sich um, nicht nur um die Menschen kümmert, die zu pflegen sind, die Versorgung brauchen, sondern auch die, die diese Versorgung durchführen. Da sind wir wieder am Anfang unseres Gesprächs, genau. Ja, ja. Ich glaube, ich würde noch hinzufügen, Sie haben von Arbeitsfeldern gesprochen. Ich glaube, in der Pflege sprechen wir doch von Lebensfeldern, weil wir doch so viel Zeit in diesem Berufsfeld verbringen, dass das einfach ein ganz wichtiger Teil unseres Lebens ist. Und ich glaube, darauf dürfen wir uns gesamtgesellschaftlich auch zu bewegen, dass wir leben und dass eben unsere Patientinnen einen Teil ihres Lebens in besonderen Herausforderungen in Kliniken verbringen. Und wir verbringen einen Teil unseres Lebens, in dem wir uns diesen Menschen zuwenden. Und da ein anderes Verständnis von Berufung zu finden in diesem Beruf, dass das wirklich etwas ist. Und das spüre ich ja. Also ich spüre doch ganz selten bei Auszubildenden, dass die ein bisschen falsch sind. Das kommt natürlich vor. Die haben dann falsche Ideen und dann verlassen sie vielleicht auch während der Ausbildung diesen Gang. Das gehört auch dazu in jedem Berufsfeld. Aber die allermeisten Menschen, bei denen spüre ich doch auch nach langen Berufsjahren in den Pflegeworkshops, dass ihr Herz ganz, ganz stark schlägt für diese Begegnungen mit Menschen, für die Zuwendung, für den direkten Kontakt mit Menschen. Und da wollen wir diese Menschen unterstützen. Und das ist doch die eigentliche Zuwendung, da wo die Energie zwischen Pflegenden und den Zuwendungsempfängern fließt. Und dann auch zurückfließt. Weil wenn ich mich öffne und ich bin im emotionalen Kontakt mit meinen Patientinnen und kann diesen emotionalen Kontakt professionell gestalten und auch professionell verarbeiten, dann bekomme ich doch die eigentliche Zuwendung, die Resonanz eben meiner Arbeit. Und die drückt sich ja viel weniger aus in dem, was ich als Lohn erhalte, sondern der zwischenmenschliche Fluss. Ja, wunderbare abschließende Worte. Vielen Dank, Herr Wendrup. Ja, und vielen Dank für dieses tolle Gespräch und für eine, wie ich finde, neue, erweiterte Perspektive auf den Begriff Humor. Das war jetzt sehr spannend. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Vielen Dank für Ihre Arbeit. Ja, und an die Zuschauenden gewandt. Schön, dass Sie dabei waren. Wir verabschieden uns und bis zu einem nächsten Mal. Ade. Tschüss. Ja, das war das Gespräch mit Andreas Bentrup über das Thema Humor hilft pflegen. Weitere Informationen zu diesem Thema und die Möglichkeit, Ihre Gedanken und Fragen in Kommentaren zu hinterlassen, finden Sie auf der Homepage dieses Podcasts unter der Adresse pflegebildung.net. Dort finden Sie auch alle bisherigen Episoden zum Anschauen und auch gegebenenfalls kommentieren, wozu ich Sie herzlich einlade. Wie es sich für einen Podcast gehört, finden Sie Pflegebildung natürlich auch überall dort, wo es Videopodcasts zum Download und zu abonnieren gibt. Apple Podcasts sei hier insbesondere genannt. Schön, dass Sie bei dieser Episode dabei waren und bis zu einem nächsten Mal. Ihr Roland Brühe. Tschüss. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Untertitelung des ZDF, 2020